wir haben shopleaks für die nächsten tage vielleicht schon ein teaser beziehungsweise ein leak für die chapter 1 map und vieles mehr wenn du neu bist gerne mal korrekt abonnieren die glocke mit aktivieren auf alle benachrichtigungen stellen das würde mich freuen und gerne auch dem video ein like gelassen kuss geht raus und zwar hätte ich gesagt fangen wir erst mal an auf in fortnite und zwar könnt ihr mir auch gerne auf instagram folgen und der name steht da unten so fange ich an wann kommen die ganzen skins hier rein dieser skin kann eigentlich kann eigentlich so gut wie jeden tag nicht reinkommen wann ist der tag endlich da und zwar ist es der 27 zehnte von mir aus noch sieben tage vielleicht bei euch noch sechs tage auf jeden fall wo das video aufnehmen ist der 20 zehnte also sieben tage dieser skin hier das ist das start-up paket für die neue season 5 dazu kommt auch noch gleich ob die map die jetzt schon geleakt wurde stimmt oder irgendein konzept ist das zeige ich euch dann haben wir hier shell skeleton wann kommt der raus am 24 zehnten als ihr merkt alles kommt nach und nach denn es ist ja auch bald schon halloween am 31 dieser skin soll michael meyer soll am 25 genau ein tag später rauskommen schreibt hier nochmal rein wie er die findet hier nochmal von der nah außen aufnahme ja dann dieser skin kann jederzeit reinkommen im shop ist so ein 0 auf 15 skin nichts besonderes für mich was ich dann aber drauf finde diesen skin gibt es eins zu eins da wurde einfach nur die farbe geändert und in dem einfach genau dieselben skins wiedergegeben wie es den skins schon mal gibt also ich weiß nicht was eure meinung dazu ist ähm ja das was dazu natürlich gibt es dazu einen rücken aus eurem spitzhacken schreibt mir gerne einmal in die kommentare dann kommen wir auch schon auf los zu twitter und zwar sind es noch genau 14 tage bis season 5 die vorbereitung laufen für die season 5 ich bin mega gehypt schreibt gerne mal rein welches level ihr seid ich bin glaube ich so level 173 ich werde hoffentlich noch level 200 schaffen wenn nicht dann halt nicht aber mein ziel ist auf jeden fall level 200 zu schaffen das hat Fortnite bloß mal gepostet ja ich bin ich freue mich schon auf die neue season und zu guter letzt soll das ein konzept sein kein echter teaser oder keine bestätigung das ist ein konzept wie man sich die map vorstellen kann zur info die ich jetzt auch noch bekommen habe man soll nicht auf der originalen og chapter 1 map spielen die soll so auf der chapter 4 map sein also auf der map die wir gerade spielen nur die orte sollen sich halt alle verändern vielleicht spielen wir doch auf der chapter 1 map auf der originalen keine ahnung auf welcher fall ist dieser teaser falsch also was für falsch das ist kein teaser für die map sondern eher nur ein konzept und ja ich würde sagen das war noch schon mit diesem video wie gesagt wenn ihr ein ausführliches video haben wollt zu den ganzen skins hier mit den black bling und ähm spitzhacken etc schreibt mir gerne das in die kommentare und verwendet bitte meine creator code und das war es heute rein ciao ciao da habe ich tatsächlich noch eine sache vergessen euch zu sagen und zwar dass ich heute gegen 930 live bin auf youtube mit diesem stream kommt die og map kommt die og fortnet map bald zurück welches mein video dieses video von nachher bis man angeschaut hat kann ich die frage beantworten deswegen kommt gerne in meinem livestream aber jetzt wirklich das bitte 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 meine code ein und das war's heute rein ciao ciao